Hi, hier ist wieder Onkel Philipp bei Funny World und heute bin ich besonders aufgeregt, weil ich habe gehört, heute kommt der Weihnachtsmann. Hallo. Und bis Weihnachten kommt der Weihnachtsmann jedes Wochenende um 14 Uhr hierher zu Funny World. Funny World hat das ganze Jahr geöffnet, also auf den ganzen Meter über könnt ihr den großen Außenbereich nutzen. Ja! Und hier schnitten dann alle gemeinsam den Weihnachtsbaum. Und falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, hier im Shop gibt es auch dafür eine große Auswahl und es wird kostenlos als Geschenk verpackt. Frohe Weihnachten bei Funny World! if dann girl re